Maston. Maston ist ein Engel. Maston ist ein Stundenengel. Maston ist ein Engel der fünften Stunde der Nacht. So ist Maston einer der Schutzengel der Nacht. In der Engelskunde werden verschiedenen Stundenzeitqualitäten zugeschrieben und diese werden ausgedrückt durch Engel. Genauso wird auch gesagt, dass die verschiedenen Engel auch Schutzengel sind, um dem Menschen zu helfen, das Rechte zu tun.